Guten Morgen Gemüsemäuse. Achso Jingle, ja genau. Ein weitere Woche auf der Solavi. Ja, heute ist Freitag. Lange kein Video. Und zack, sieht alles anders aus. Ja, ich hatte mal Urlaub. So, habe ich auch mal gemacht. War schön. Schön war das. Schön, aber nass. Aber irgendwas ist immer. So, hier. Alles wunderprächtig grün. Das ist aber ein gutes Zeichen. So. Dazwischen verstecken sich überall noch Kulturen. So. Und wir ernten jetzt schon eifrig ab. So, nehmen die letzten Kulturen hier auch raus und so weiter. Und hier sind noch Zwiebeln und so. Und dann lassen wir es aber grün stehen. Weil wir gehen nämlich jetzt tatsächlich schon Richtung Herbst. Ich will es nicht sagen, aber es ist so. Ja. Also bald kommt der erste ER-Monat. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Zwei Wochen noch. Ja. Und dann haben wir schon September. Und dann kommt Oktober, November und dann ist aber auch schon wieder Winter. Also das heißt, wir können uns damit anfreunden, dass das Jahr sich neigt. So, das kann man auch an vielen Dingen sehen. Hier zum Beispiel die Gurkenpflanzen. Ja, also war ja jetzt eher kühl und auch nass und so. Also das betrifft den Folientunnel jetzt natürlich nicht. Aber kühl auch, ja. Und dann sehen die schon so ein bisschen ruppig aus. Ja, jetzt haben wir die ja letztes Mal nicht durchgeputzt. Also der Abdul-Wassir hat die einmal alle komplett durchgeputzt so. Hat ganz den nekrotischen Laub quasi raus. Ja. Und jetzt geben wir denen nochmal so den letzten Drive. Genau. Jetzt gibt es noch einmal so eine Runde. Lassen wir die Früchte nochmal ausreifen und dann geht das aber auch mit den Gurken schon so langsam runter. So, hier die Aubergine. Da sieht man vielleicht auch. Ach guck mal, da sind überall so kleine gelbe Blätter und so weiter. Aubergine, mediterrane Pflanze. Die saht auch so langsam. Ja, ey. Ist okay. Ist geiler Sommer. und so. Aber irgendwie Temperaturen nicht und so. Ist aber egal. Ist noch ganz viel Frucht da. So, Paprika. Paprika macht sich richtig, richtig geil. Wird heute auch geerntet und da sind so richtig schöne gelbe Klopper dabei. Und auch ganz viele andere Farben und die wollen wir heute auch rausnehmen. Super cool. Ja, und bei den Tomaten hier verhält sich das irgendwie ähnlich. Ich muss ihm vielleicht die Linse ein bisschen sauber machen. Ah, Dreck viel besser. So, hier. Also, jede Menge Früchte dran. Schön rot auch alles. Aber die sind hier auch ganz schön durchgeputzt worden. So. Das hat natürlich immer auch ein bisschen mit prophylaktisch Krautfäule-Vorsorge quasi zu tun. Weil so Temperaturen wie jetzt. Und vor allen Dingen auch Luftfeuchtigkeit und so. Ja, das finde ich Krautfäule ganz gut. Finde ich das. Ja, wir fänden das nicht gut. Weil die ist ja ziemlich verheerend. Aber so kann man das noch mal ein bisschen rauszögern. Ich kann mal hier irgendwie zeigen, wie sich das dann verhält hier. Ja, wir wollen ja noch ein bisschen was von den Tomaten haben. Aber das sieht alles noch sehr, sehr gut aus. Da hängt jede Menge Frucht dran. Die muss jetzt auch noch mal richtig ausreifen. Da ist wieder mal passiert. Mein Gott, hier. Super geil. So. Und hier auch. Da sieht auch wieder super spitzmäßig aus. Man sieht halt, der Absolvassee hat sich hier wieder sehr viel Mühe gegeben. Ja, ich mache jetzt erstmal Kaffee und dann ernte. Ach ja, ich habe Äpfel mitgebracht übrigens. Ich war heute Morgen noch beim Herrn Papas und hab da noch mal ordentlich... Jetzt hab ich aber auch die Linse drin. Viel besser. So, hab da noch mal Äpfel mitgenommen. Es gibt heute eine bunte Mischung. Sind drei, vier Sorten. Äh, die stehen vorne. Dazu kommen wir später. Jetzt aber hier widme ich mich mal diesen prächtigen Zauberautomaten. Schwarzes Gold. Erntung, Erntung, Erntung. Ja, der Abdulvassi ist da vorne und hat schon den Staunensellerie geerntet. Und ich mache mich jetzt hier, äh, den Porree. Genau. Einmal 150 Stück. Äh, genau. Und dann machen wir heute noch, äh, Tomaten, Paprika, Auberginen, äh, Zucchini, äh, Salbei, Basilikum, Gandana, Schnittlauch. Ich glaube, das war's. Ich hab bestimmt noch ein, zwei Sachen vergessen. Ja, und Äpfel natürlich. Ja, und jetzt erstmal hier. So, fang ich jetzt mal an langsam. So, Paprika abgeerntet. Da drinnen ist doch noch recht warm. Und das ist die Ausbeute. Richtig schöne, bunte Mischung hier Chilis und hier jede Menge Paprika. Die muss ich gleich noch mal durchzählen. Hier gibt's noch ein bisschen was zu erzählen zum Thema Chili. So, ich hab jetzt keine genaue Ahnung, welche Sorte das ist. Es gibt 8000 Sorten Chilis. Wir haben da drinnen noch eine Glocken-Chili. Die ist ganz hübsch. Die erkennt man unter Jahrhunderten. Kann ich gleich mal zeigen. Was das hier ist, ist das so eine ordinäre, aber die ist relativ scharf. So, würde ich mal so sagen. Äh, wir haben so ein bisschen so eine Chili-Mischung quasi. So, zu einer Chili gibt's jetzt hier Klugscheiß-Modus wieder. Also, Chili ist ganz interessant. Eigentlich ja eine Paprika. Äh, das Gift, was hier drinnen ist, heißt Kapsalzin. So, und, äh, das sitzt eigentlich innen drin, ne? Also gar nicht so in diesem Fleisch hier. Sondern so das Gewebe um das Saatkorn herum. Da sitzt das meinte, Meiste. Und, äh, das ist ein richtig, richtig ordentliches, strammes, naja, nicht Gift, aber auf jeden Fall ein mächtiger Werkstoff. So, der lässt einen dann immer schwitzen und so weiter und so fort. Der wird gemessen in Scoville. Also Scoville ist die Einheit, wo man die Schärfe quasi misst. Und jede Chili hat dann immer so ein kleines Profil. Da steht dann halt immer, weiß ich nicht, 500.000 Scoville zum Beispiel. Und, äh, ja, richtig. Äh, genau. Das kann man ungefähr einschätzen, wie scharf die ganze Geschichte ist. Äh, ich hatte mal eine Chili, die hieß Buhujolokia. Die war eine ganze Zeit lang, glaube ich, mal die schärfste Chili der Welt. Jetzt ist da, glaube ich, abgelöst worden von Carolina Reaper, glaube ich. Ähm, die hatte eine Million Scoville, die konnte man nicht essen. War fast unmöglich. Die hier ist auch mit Vorsicht zu genießen. Die ist ganz schön happig. Also, schon ordentlich. Ich weiß nicht, wo die so ungefähr klassifiziert ist. Aber die kann schon ein bisschen was. So, die gibt es auch in verschiedenen Reifegraden. Es gibt auch mal die Geschichte hier. Rot ist natürlich richtig knackig, kernig. Äh, im Grün ist die noch nicht ganz so scharf. So, äh, wir packen hier immer so ein bisschen so eine kleine Mischung rein, damit man sich die Schärfe gerade halt auch irgendwie bisschen aussuchen kann. Nicht wahr? So, äh, ansonsten kann man die Sache prima, prima trocknen. Einfach so hinhängen. Äh, und dann ausdörren lassen quasi. Äh, dabei aber aufpassen, dass die, äh, wirklich trocken gelagert wird und nicht so ein bisschen halbfeucht oder so, weil die fängt nämlich von innen ganz gerne an zu schimmeln. Dann sieht die von außen schon richtig schön getrocknet aus. Dann macht man die auf und innen ist die total verschimmelt. Ist ja auch nicht so im Sinne des Erfinders. So, ja, das war Klugscheiß-Modus. Chili. Immer wieder lustig, immer wieder gut. Ach ja, vielleicht noch eins. Und zwar das, was ich gerade gesagt habe, diese Bohucho-Lokia. Äh, das ist eine indische Kreuzung gewesen. Die ist noch gar nicht so alt. Äh, die wurde gezüchtet, weil die, ich glaube, die indische Polizei oder irgendwie, was weiß ich, irgendwie indische Staatsorgan hatte ein bisschen nochmal rum experimentiert. Die wollten da draußen, äh, Pfefferspray machen. Also kein Pfefferspray, sondern halt ein Chilispray. Ja, genau. Und deswegen ist das, äh, entwickelt worden. Später wurde das aber entfremdet. Ich glaube, als Elefantenschutz, wenn mich nicht alles täuscht. Einfach mal googeln. Bohucho-Lokia. Ganz interessante Pflanze. Äh, ganz interessante Chili. Ein Millions-Krubel. Unessbar. Guck mal, hervorragend mediterran. Obwohl Wetter nicht so ist. Aber hier, Tomaten, Zucchinis. Da drunter ist noch Porree. Noch mehr Tomaten. Tomaten. Tomaten ist, äh, Highscore, ne, dieses Jahr. Wie viel hast du? Was meinst du so? 100? 140. 140. 140 minus. 140. Ist Highscore dieses Jahr. Ja, bisher. Äh, dann sind wieder Chilis, jede Menge dabei. Klar, hab ich gerade erzählt. So eine kleine Paprika, das große Paprika. Äh, auberlin hier. Die Eierpflanze, Eggplant, auch jede Menge. Ja, schaut gut aus. Jetzt machen wir noch Zucchini vom Acker. Ja, dann fahren wir auch nach vorne, ne. So, das gibt's heute alles hier. Jede Menge Zorix. Nicht wahr, abgebastet? So, und dann hier Tomaten und Äpfel. Und, äh, Auberginen und Paprika und Tomaten und Gurken und Auberginen und kleine Paprika und Chilis und Schnittlauch und Gandana und Gurken und Porree und Zucchini und Stangensellerie und noch mehr Zucchini. Und alles super cool. So, Wochenende mein Freund. Hallo, ein weiterer Tag auf der Solabi. Linz ist sauber. Heute ist Samstag und heute ist Arbeitseinsatz. Da sind schon fleißige Helferinnen und Helfer. Ja, und ich hol mich schon noch einen Kaffee.